Okay. Worüber denkst du nach? Ach, ich fühl mich irgendwie komisch. Schau dir meinen Daumen an. Sieht nicht normal aus. Glaubst du wirklich, es ist nur dein Daumen? Wie auch immer, ich bin hergekommen, um dir zu sagen, dass ich dich in mein Auto mitnehmen könnte, wenn du willst. Mein Dank ist schon okay. Ich möchte heute lieber laufen. Fahr ruhig zurück. Alles klar. Tschüss. Ich möchte heute lieber laufen. Schau dir. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020